In ehrenvollen Gedenken an den Gotha-Wissenschaftler und Gelehrten Dr. Helmut Otto-Claus, 1933 bis 2020. Am 26. Juli 2020 starb der Wissenschaftler, Autor und langjährige Direktor der Forschungsbibliothek Gotha. Unvergessen durch wichtige Werke wie das Leipziger Druckschaffen der Jahre 1518 bis 1539, Bibliotheka Gerardina, die Zwickauer Drucke des 16. Jahrhunderts und seine Melanchthon-Bibliografie, um nur einige wenige aus seinem umfangreichen Arbeitsspektrum zu nennen. 1933 zu Chemnitz geboren, kam er in den späten 1950er Jahren nach Gotha an die Forschungsbibliothek, welche damals noch Landesbibliothek war. Von 1981 bis 1996 war er Direktor der Bibliothek. 2018 erhielt er für seine Leistungen den Internationalen Melanchthon-Preis der Stadt Bretten. Sein Wohnhaus war das altbekannte Haushauptmarkt 15. 18 Até 5. DurION Wasstes Das Leitens Das Leitens Vielen Dank.